Hätte echt nicht gedacht, dass ich es hinbekomme. Ups, was war jetzt los? Die Aufnahme neu gestartet. Ja, hätte echt nicht gedacht, dass ich das noch hinbekomme. Aber... Da war ich schon kurz davor, aufzugeben. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt gibt es noch Feuerwehr, ne? Kann ich mir nicht leisten. Okay. Aber ein paar Straßen könnte ich mir noch bauen. Ah, das muss ich wieder einschalten. Tut mir leid. So, bis hierhin und dann wieder zurück. So. Kann ich hier nämlich wieder ausfüllen. Genau, das gleiche machen wir hier auch. Dann komme ich bis hoch. Kann ich mir so viel leisten? 2000. 400 können wir nicht leisten. Tut mir leid. Kann man halt echt nicht leisten. Okay. Dann ziehe ich die Wohngebiete halt wieder von Hand. Ups. So. Da kommt es doch scheißegal. Ist doch, boom, ist egal. So, das können wir jetzt wieder ausfüllen. Zack, zack. Zack. Also Leute, zieht ein, zieht ein, zieht ein, kommt herein, kommt herein, kommt herein. Kommt herein. Ah, ich darf jetzt den Stadtviertelnamen geben. Oh, das ist toll. Huch. Kann man das nicht irgendwie ziehen? Stadtviertel, Ostindustrie. Nee, nee, das ist ein Stadtviertel hier. Das hier alles, hier, das ist alles hier, Stadtviertel. Wupp, wupp, wupp. Ja, kann ich noch nicht irgendwie... Ah, okay. Tut mir leid. Da habe ich mir ein bisschen verkackt. Mache ich jetzt ein neues Stadtviertel. Kann ich das noch beändern? So. Das. Unser Stadtviertel. Kann ich den Namen ändern? Märische Industrie. Ja, dankeschön. Nee, ich könnte den Namen nicht ändern, oder? Ah, doch. Ja. Das ist Hausenausen. Hausenausen. Passt. Eh. Hausenausen. So, Hausenausen. Wer von euch wohnt in Hausenausen? Die Hausenausener. Oh, nee, Hausenausen. Hausenausen, Hausenausen. Hausenausen, Hausenausen. Yo. Ich weiß jetzt noch nie, wie ich es gemacht habe. Ob ich jeden zweiten Tag eine Folge bringe. Oder dann vielleicht schon jeden Tag. Das werden wir dann sehen. Je nachdem, wie es läuft. Ich brauche Gewerbegebiete. Machen wir uns nochmal welche. Hier ist noch mal hin. Nicht so. Nicht so groß vielleicht. Ja, komm, dann ziehen wir uns halt eins. So, die zwei Teile. Machen wir Gewerbegebiet. Industrie ist auch gefragt. Nö. Industrie kann nicht gefragt sein. Guck mal, hier können wir hier aber hin machen. Hier können wir noch mehr Industrie hin machen. Und hier eigentlich auch. Aber nur hier so. Wie weit geht das ja? Das wird sich hier voll über die ganze Dinge erstrecken, ne? Ja, ja, ja. Hausenausen. Man kennt es. Und man liebt es. So, jetzt kann ich hier die Straßen zumindest bauen. Macht vielleicht die Leute unglücklich. Aber es gibt Schlimmeres als eine Straße, Junge. Ihr müsst doch auch irgendwie angebunden sein. Hotzt ja jetzt nicht rum. Wenigstens läuft hier mal was. In den Kohle. Schon wieder. Na gut, aber ich mache tausend im Monat. Habe ich Richtlinien? Die drei Richtlinien, die... Und überhaupt nicht in Frage, dass wir die drei Richtlinien machen. So, kann ich hier noch... Ja, komm, so. 100. So, haben wir hier noch ein kleines Ding. Und dann könnten wir... Ah, hier haben wir unten, haben wir auch noch. So ein Gebietchen. So. Wupp, 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 wupp. Das ist das Gewerbegebiet. Wie nennen wir es? Oh, ups. Das wollte ich nicht. Ah, shit, Alter. Stadtplaner, wirklich jetzt? Äh, w-w-w-w. Löschen, löschen, löschen. Jetzt habe ich nämlich zwei gemacht, ne? Wollte ich eigentlich nicht. So, ich wollte eigentlich hier nur. Wunderschön. Ivy Park. Nennen wir es nicht. Wir nennen es... Das ist ein Triegebiet... Ähm... Das wird die... Scherz... Höhe. Die Scherz-an-Höhe. Oh, die Scherz... Die Scherz-höhe nennen wir es. Passt. Die Scherz-höhe. So, was habt ihr für ein Problem? Kriminalität steigt, ne? Scheiße. Und da brennt es. Dreck, Alter. Shit, Alter. Was brauchen wir als nächstes? 1.500. Ja, das brauche ich jetzt. 1.500, damit ich... Aber ich kann das andere Darlehen nehmen, ne? Oh, das ist gut. Nehmen wir... Damit ich hier eine Feuerwehr bauen kann. Und ne Bullerei, Alter. So, hab ich noch... Hab ich noch Grundschule? Die Grundschule können wir doch auch hier... Sagt die nur so wenig? Echt jetzt? Leute, das wollte... Wollte mich jetzt aber grad... Ordentlich verarschen, oder? So, wer unten hat noch eine hin? So. Leute, bildet euch mal. So, 17.000 haben wir noch. Mit den 17.000... Mh... Können wir eigentlich theoretisches Industriegebiet... Sorgen? Wir könnten den neuen Stadtteil entwerfen. Der hier... Über... Da hin. Der hier. Das wird der neue Stadtteil. Kann man da irgendwie sonst was dazwischen hauen? So. Da eins zu weit gebaut. Okay. So. Okay, so. Das ist hier gleich so. Wie viel Kohle habe ich noch? 6.000? Ja, mach mal hier mal. So, hier will ich nicht, ne? Ich will das hier haben. Und hier so. Damit der Facker ja ordentlich kacke ist. So. Das wird jetzt unser neuer Stadtteil hier. Kommt Gewerbegebiet rein. Und das ist der Rest des Wohngebiet. So ein bisschen Kohle haben wir ja noch. Können wir hier nochmal... Was machen? So. Ich sag euch nur eins. Das Spiel... Bockt richtig. So, dann können wir hier noch mehr Wohngebiet reinhauen. Zack, zack, zack. Angeschlossen über zwei so... Dinger. Ja, ja. Halt die Fresse. Bullerei versorgt auch diesen Stadtteil, ne? So, dann... Geben wir uns mal 9 Nütz. Ähm, will ich den ganzen Scheiß hier aber erst nochmal löschen. Weil ich hab's ja vorher verkackt. Hab nämlich zwei gemacht. So, jetzt machen wir hier nochmal. Mal schön, bitte. So. Und das hier haben wir der neue Stadtteil. So. Alles klar. So, hier haben wir... Das war Hausenhausen. Hausenhausen. Und das wird... Was weiß ich... Diamadingen. Also... Jetzt geht die Musik ab. Die Musik geht ab. Und wir haben wieder nicht genug Strom. Und nicht genug Wasser. Echt jetzt? Echt jetzt? Mich irgendwie verarschen? Ah, Dreck, Alter. Wieder nicht genug Strom? Alter, Leute. Leute, Leute, Leute. Was ist nur mit euch los? In Diamantiken will niemand wohnen. Alter. Nicht jetzt? Wir haben wieder nicht genug Strom. Das heißt, wir haben nicht genug Wasser. Oh, die Leute da drüben haben noch gar kein Wasser, ne? Upsi. So, Diamantiken soll aber auch mit Wasser versorgt werden. Reicht das mal nicht? Ja, ähm... 100 Leute brauchen wir noch. Dann hätten wir's. Da eben gibt's doch... Gewerbegebiet. Gewerbegebiet Exspach. Oder whatever. Oh, 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 oh. Hört ihr das? Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Das war so ein Handy-Geräusch. Wenn man das Handy an die Boxen legt. Das Geräusch hatte ich gerade. Das ist schon der 4.11.2015. Das heißt, bald haben wir... Was ist hier los? Abwasserstau. Oh. Ja. Ähm... Brauchen wir jetzt... Alter, echt jetzt? Henfrischwasser... Das ist mega das Problem, was ich hier habe. Irgendwie will es nicht so richtig, ne? Oh, gleich hier ein neues... ...cooler Kraftwerk. Sobald wir die 1.500 Einwohner haben, die kriegen wir hoffentlich dieses Mal zusammen. Bitte. Bitte hör nicht kurz vorher auf. Bitte hör nicht kurz vorher auf. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Komm, komm. 91, 92. 93. 98. Und... Yeah. Hören wir erstmal Pause. So, ein neues Kohlekraftwerk. Und... Nicht jetzt nur so wenig. Ich habe aber kein Geld. Wie viel kostet so ein Ding? 3.500. Ja, da brauche ich 5.000. So, die kriegen wir zusammen. Die kriegen wir zusammen. So, Strom habt ihr jetzt hoffentlich genug. Strom. So, ich kann das Budget mal erhöhen für alles, ne? Ja, ihr habt nicht genug Wasser. Das habe ich mir schon fast gedacht. Jemand Ding hat auch nicht genug Wasser. Oh, Mann, 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 Mann müsste man was dafür tun. Direkt daneben, ne? So. Wird auch angeschlossen. So, Abwasser ist weg. Jetzt brauche ich aber nochmal Kohle. Hier ist jetzt jemand. Ja, Abwasserstau. Tut mir leid. Ich habe eigentlich gerade kein Geld dafür. Ein Wasserturm. Was kostet ein Wasserturm? 3500? Das ist ja billiger, hier so ein Ding zu machen. 3500. Los, mach hin. Ich brauche Geld. Geld, 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 Geld. Ja, ja, ja. So, 2500 haben wir gleich zusammen. Zack. Zack. Und ein Rohr kriegt es natürlich auch. Und alle sind wieder glücklich. Und zack. Da fließt alles durch die Rohre. Da kommt es. Hoffentlich. Hoffentlich, sagte ich. Jetzt geht es los hier. Ihr habt euer Wasser. Was hat der noch für ein Problem? Oh, da kommt gerade die Polizei. Bitte hoch. Das ist ein Überfall. Bis zum nächsten Mal.